gut dann kannst du mir jetzt da drüben machen das mache ich das mache ich ihr kämpft in der zeit das wird sich zeigen also das wasser ist jetzt übrigens reiz wie mache ich nochmal drauf y ist auch ein controller controller y zelon hallo kann ich aber wieder du musst du A füllen ok tu es auf hier ist noch ein was ist jetzt hier hinten mit der plattform wissen wir das ne ich schau mal irgendwo hier hin es kommt mal wieder auf die plattform vielleicht ich habe ich weiß nicht ob man da irgendwo hinkommt ja da oben ist noch mal was ha auch mehr Weg schwimmen auch noch mehr Weg schwimmen mehr kann ich nicht die kommen noch nicht auf das die plattformen ja ich sterb jetzt gleich Ich glaub wir müssen da alle hoch, jetzt reicht der Bildschirm nicht. Wenigstens flössert uns jetzt nicht mehr die ganze Teile im Kopf rumgehen, warum war da eine Plattform? Sommi, ist heiß! Sommi, ist vor allem der Tod! Äh, Kugel? Alter! Ist verrutschig, danke! Ich muss ja auch schon kurz hinladen, sonst geht's im Fakkel, glaub ich. Was macht ihr? Ah! Ja, wenn die hier hochkommt, dann könnt ihr da rüber. Ähm, der Stormi hat doch auch von hier. Sehen Sie nicht nach unten! Der beste Weg, das ich nach unten sehe, ist zu sagen, ich soll nicht nach unten sehen! Jetzt müsst ihr quasi... Ich kann nichts schießen! Okay! Ui! Wieso hab ich das Gefühl, dass wir da gleich so ein Renn-Lock-Up-Roll bekommen? Äh, kam mir grad auch so vor. Gleich wird das bestimmt... Oh Gott! Hier geht wieder so eine Plattform hoch und eine Kugel, die man schieben kann. Ich würde vermuten, die Kugel muss irgendwie nach oben. Schau mal kurz, was hier die Fackel macht. Ja, auf der linken Seite ist noch eine. Die kann ich aber gar nicht irgendwie nicht anzünden. Weil da auch kein Gas rauskommt. Ja. Okay, es kommt aus beiden nicht. Also, wenn wir die Kugel da auf die Plattform kriegen würden... Aber, äh, hier unten kommt, glaub ich, Gas raus, oder? Wo die, aus diesen Dingern, wo... Nein, hab ich gerade schon versucht. Mh, das geht wohl nicht. Mh, das geht wohl nicht. Ich vermute mal, dass die weiter hochgehen würde, wenn wir die Gas... Äh, hier, wenn wir die Fackeln anzünden. Aber die Frage... Ich vermute auch, dass sie weiter hochgehen... Also, ich vermute auch, dass wir hier drüber... Also, von der hier hoch müssen, oder so. Das hast du gesagt, Fjall? Weil... Egal? Ja. Mach nochmal, was du gerade gemacht hast. Ja, komm. Müsst du nochmal von der Plattform runter, sonst geht's nicht wieder hoch. Okay. Okay, was bringt das? Äh, warte. Ah, okay. Du hast Gas angemacht. Ja. Kannst du wahrscheinlich drüber? Ja. Gut. Hat das was verändert? Ja, ich betone. Ich bin in die Kugel gelaufen, das ist dumm. Besser nicht tun. Idee ist, die Kugel, die unten ist, muss da oben in das Kugel-Ding. Wir müssen hier das Tor aufkriegen. Wir müssen hier das Tor aufkriegen. Ja. Vielleicht muss ich dazu nochmal hoch. Ich glaube... Ja, da muss noch einmal einer von den beiden Kugel-Handys mit da drauf. Von den Ägyptern bin ich bitte da. Ja. Ja, ich halte das Ding hoch. Ich bin bereit zum Feuermachen. So, was macht denn das überhaupt? Ach, ich glaube, wir brauchen... Kann es sein, dass wir noch einen brauchen auf der anderen Seite, der das... Das wickelt beide gleichzeitig. Ja. Okay, dann... Dann muss ein Kugeltyp den anderen Kugeltyp hochbringen. Äh, warte mal. Kann ich, kann ich... Kannst du zurück und Dings hochholen? Ich kann hier jemanden hochholen. Ja, aber nein, 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 im Moment. Ja, ich brauche hier eine Kugel. Ich brauche eins von euch, einen von euch beiden Ägyptern. Ja. Wobei ich nicht weiß, wie du da zurückkommen willst. An der Stelle scheint das nicht zu gehen. Ja, das denke ich nämlich auch. Ich glaube, du musst zurück. Ähm... Ja, das kann doch hier. Einer mit Kugel, andere mit Kugel... Richtig, und dann holst du ihn hoch. Das heißt, gelb muss da auch noch drauf springen. Warum? Oder so. Nee, ist okay. Ja, ja. Okay, so passt. Ich halte ja die Plattform oben. Du musst unten die Fackel anzünden. Das ist das nämlich, was die Spikes weg macht. Und Fjalk, du musst rüber, weil du kannst die Ding weg machen. Die... Sphäre oder was das da ist. Ja, auf die Sphäre kannst du, glaube ich, schießen, ne? Ja. Ja. Manchmal verstehe ich nicht, was wir machen, aber wir machen es. So, und jetzt muss weiter mit dieser Kugel... Hoch. Hoch? Ja, was anderes macht eigentlich schon. Äh, sie rollt wieder zurück. Hä? Hm. Ähm, da wo die jetzt gerade liegt, da war so eine Markierung, als will man da mit einer Bombe... Ja. Ähm, um sie rüber zu schießen. Ja. Warte mal. Dann, äh... Ich will die vorsichtig noch ein klein wenig... So. Jetzt lege ich da mal eine Bombe. Bitte nicht hingehen. Fuck. Ja gut, dann legen wir sie gleich woanders hin. Aber das Prinzip ist, glaube ich, äh, korrekt. Ja, aber ich... Ich glaube... Äh, nicht in die Richtung. Äh, nicht in die Richtung. Man kann sie auch ziehen. Äh, jetzt ist unten aber wieder... Jetzt sind da wieder die... Die Spikes. Ihr müsst noch einmal bitte auf die Spikes. Ähm... Ähm... Das heißt... Einer mit der Fackeln muss runter, um die Flammen anzumachen. Äh... Äh... Oh. Stormi hat die an der Leine. Uh. So langsam komme ich in das Ganze wieder rein. So ganz langsam. Sehr, sehr lieb. Fokus. Oh, wieder Zahnräder. Yay. Ja, aber jetzt wissen wir ja, wie... Äh... Scheiße. Äh... Skelettern aus der anderen Richtung. Sorry. Wen auch immer ich da von euch mal die Spikes habe. Mhm. Ich nehme mal stark an, dass man vielleicht auch mit der Bombe, also ohne Fackel, dass man mit der Bombe vielleicht die Dinger anzünden kann. Ja, da oben ist jetzt schon ein Ding erschienen, da kann ich drauf schießen. Ah, da ist noch... ähm... Stormi will noch einen Schädel machen, geht da mal einer mit einer... Entschuldigung, mit einer Kugel hin. Ich hab das Gefühl, er uns beschießt ein Krokodil. Ja, da ist noch eins, kommt gerade raus. Ja. Wir müssen diese Schächte irgendwie anzünden. Okay, jetzt? Ich sollte mir mal auf das Auge schießen. Aber er sollte jetzt nicht... Achso, wir müssen jetzt über die Zahnräder, über die Bränden, muss das von dem rechten Zahnreiz aufs linke. Deswegen muss das immer umgedreht werden. Also einmal drehen jetzt die Richtung. So, müsst ihr jetzt nicht, wenn jetzt ein Brändes kommt, die erste Fackel hier, solltet ihr nicht angehen. Ja. Und jetzt, wenn die brennt, musst du quasi umdrehen, damit sich... So, genau. Jetzt wird die nächste Fackel. Das... Das Ventil nicht. Da hinten ist noch einer. Vor allen Dingen ist hier das Ventil nicht an. Okay, ja, okay. Da kommt kein Gas raus. Ja, da kommt kein Gas raus. Ihr müsst euch auf die 2... Jetzt kommt Gas raus. Dann holen wir das Feuer jetzt wieder. Umdrehen. Nee. Okay. Umdrehen. Easy. Ich glaube, dass man es mit den Strahlen... Ich finde, die Strahlen sind sehr schwierig zu zählen. Ganz ehrlich so. Warum ist da unten noch eine Plattform? Da wird wahrscheinlich noch irgendwas sein zum Holen. Ja, auch überlegt. Irgendwas secretmäßiges. Aber ich sehe von hier nichts. Oh Gott. Ähm... Das kommt aus keinem von denen Gas raus. Mhm. Vielleicht ist da unten das Gas? Shit. Aber ich sehe da, wo... Blaue gerade steht. Ich gerade sehe da nichts Ventilmäßiges. Was ist hier oben noch? Mal hier neben runter? Weiß ich nicht. Stormy ist gerade ein bisschen weit weg. Mal hier anschließen. Kannst du da mit einer Kugel hoch... ...irgendwas machen? Nee. Weil wir hier in dem Bereich sind ja auch keine Plattformen zum draufstellen. Hm. Also wir sind uns einig, dass wir da irgendwo Gas rausholen müssen, richtig? Ja. Also ich vermute mal, die Tür wird mit irgendeinem der Wind... Ja, vielleicht ist es noch ein... Wer hat was gemacht? Was war es denn? Okay. Ich bin mal direkt runtergefallen, weil ich nicht drauf verbreite. Rauch, Bobby, lauch! Warum fange ich immer an zu schleichen? Ich bin so sicher, dass ich mich nicht drauf habe und mir bin. Ich bin immer durchgefallen, dass ich da nicht drauf schreibe. Und wenn ich mich nicht drauf schreibe. Ich bin mal direkt zu sch shader. Ich bin so knapp. Das läuft immer so schwer. Aber ich bin so knapp. Ja. Das war mal. Ich bin so knapp. Gleben, also tief. Oh Gott. Ich bin klar. Ja. Ich bin so knapp. Das war mit dir. Ja. und hier ist noch ein edelstein ja natürlich ein graf dann bin ich auch noch groß auf einem fuß steht sich schlecht wir haben scheint scheint ein sowie krieger mit einer spießwand ausgeschaltet also kraft damit eine sache klar ist egal was sie mich gerade fragen wollten die antwort ist nein das muss man halt nicht ja das versuche ich auch gerade was bei inventar ich habe auch weg gedrückt bei mir auf controller ich habe übrigens auch ein granat werfen ja den habe ich gerade auch gefunden aber ansonsten lasse ich glaube ich alles gut wollen wir jetzt hier über die portplattform wieder raus ich brauche noch einen moment da steht nur noch blau rum muss man irgendwann mal merken wer von euch blau und wer gelb ist ich weiß immer nur stormy ist blauer ich bin gelb das sieht man doch ich habe einen tollen schwarzen bildschirm ich auch einer ist mehr so anthrazit ist so ein bisschen beleuchteter in den ecken wenn wir jetzt wieder rauskommen und wieder den fuß einsammeln dann und dann werde ich die truhen aufmachen können bestimmt und bauen wir eine ganz komische statue zu sein ja klar ja wie ist es aber schon mal der zweite fuß und nicht der von vorhin wenn man so vollkommen unbeeindruckt da die zeit zurück zum schreien würden wir gerne wenn du uns lässt ich meine andere truhe weil ich es kann gute idee aber ich habe den ring von eben den ich neu bekommen habe im inventar behalten und ausgerüstet das soll so sein alles problem gar kein gefixt und wo auch immer wir hier sind wieso wer verteilt hier eigentlich die munitionsdeckchen wir sollen das teil beschaffen aus der kammer des orakels da waren wir gerade da waren wir gerade doch unter dem wasserfall waren wir gerade aber das hier ist doch nicht unter dem wasserfall doch ist es doch ist es ja nicht aber rein ok somit sehr aggressiv ja auch sehr laut nein moment mal hier sind wir hergekommen letztes mal hilfe lasst uns wieder hoch aber er hat auch hierhin gezeigt vielleicht müssen wir jetzt einmal quer rüber ich glaube wir müssen hier einfach nur hoch oder grün können wir auch aber für lichter ja ich schau mal ein ungewöhnlicher ring jetzt muss ich ins inventar schauen jetzt muss ich gerade hier noch schauen ich habe einen ungewöhnlichen ring bekommen ok der nur im nacht habe ich noch nie gesehen nur am tag oder im regen oder nur in der nacht so ein habe ich auch weiter weiter ja ich entschuldige mich ja wenn der vielleicht einmal nicht am shop ich bin da warte mal hier unten ist so ein typ er zeigt immer noch nach da das ist der richtige weg das ist der kammer des orakels guck mal da ist er hat einfach einen Schädel glaube ich ja da ist auch ein krokodil hatten wir den Woot letztes mal nicht schon eingesammelt ich meine das war vorbeigesprungen ich glaube wir hätten das am ende geschafft dann mit ganz viel ja wir haben hier den Woot das haben wir gemacht mit kugel hoch springt mit kugel hier ich habe mich nicht runter warum schubst du mich runter ich mache doch gar nichts warum hast du ihn runter geschoben ich habe alleine wird es nicht gehen ich glaube alleine wird es nicht gehen wer macht ihr das warum wird er jetzt genau wieder da hoch weil da was ist die Maske so Fjalk mach mal bitte kugel ich brauche ja wieder zehn stunden um drauf zu kommen das geht nicht ist da für euch eine Maske ja für mich nicht ok dann würde ich davon ausgehen da ist keine deswegen schaffen wir es nicht die einzelne weil wir haben die nämlich auch beim letzten hier eigentlich hätte ich auch wieder hier oben drauf ja da ist auch da ist auch keiner für mich ja dann brauchen wir es wahrscheinlich ja ich lauf durch super also wissen wir jetzt müssen wir jetzt jedes mal aber ich bin ja wahrscheinlich nur wenn es doch wie sagt er ist aber er zeigt immer noch in die richtung springt ins becken der krokodile gern schön vielleicht kann man ja hier irgendwo einen besseren weg finden wie kommt man den typen eigentlich nochmal sagen steckt den finger aus einfach drauf laufen das ist bei mir da ist keine mütze das kenne ich alles schon wir waren hier schon ewig also ihr habt letztes mal war aber definitiv ich glaube wir laufen falsch aber es kann doch also das ist doch hier ja wir laufen falsch jetzt zeigte aber an müssen haben wir schon mal vorbeigelaufen ach so ging das ok jetzt habe ich aber eben hat er noch hierhin gezeigt also hier muss ja ne ne er hat nach links gezeigt er hat nach unten gezeigt wir wollten nur gucken ob er da oben lag und dann kommt also müssen wir doch dieses krokodilbecken wie wärs wenn wir hier vorne lang laufen und gucken ob das da weiter geht das war angstreich krokodil so hier die treppe vielleicht so bestimmt wir müssen auch zurück ah da fehlt noch ein bein wahrscheinlich